Helmut Rahn! Helmut Rahn schießt und... Tor! Jetzt hat er nicht getroffen, aber 54 beim WM-Finale hat er 3 zu 2 Sieg durchgeschossen. 54 Kilo müsste ich eigentlich abnehmen. Aber will ich das überhaupt? 200 Kilo habe ich mit verschiedenen Diäten in meinem Leben abgenommen. Aber 250 Kilo habe ich auch wieder zugenommen. Ihr wisst doch, eine Kalorie kommt selten allein. Das habe ich alles für euch in meinem neuen Buch mal aufgeschrieben.